so hallo liebe podcast freunde liebe zuhörer und zuhörerinnen herzlich willkommen noch mal genau hallo hallo schatz was los guten tag guten tag wie geht es ihnen jetzt gut doch erster tag die x4 wunderbar kurz die leute aufklären was man mit dem x4 mein die ist noch nicht kennen also wir schicken unseren körper jeden monat vier tage auf wellnessreise sage ich immer so gerne vier tage zurückschrauben vier tage auf den körper und leberreinigung thema mindset ja auch das wäre auch mega anknüpfend eigentlich zum thema aus der letzten woche wo man das thema umfeld hatten wobei auch das mindset ein riesengroßes thema ist was das angeht ja mein mindset ist irgendwie so ein wort was schon so ziemlich abgelutscht ist aber ja positive lebenseinstellungen wieso weshalb warum und beziehungsweise ist es das a und o sagen wir mal so beziehungsweise warum es halt eben ein nichts bringt alles negativ zu sehen ja die frage ist bei dir das glas halb voll oder halb leer also ich habe hier erstmal ein volles glas stehen daraus nehme ich erstmal großen schluck weil ich habe durch und wie gehen wir rein das ganze aus der eigenen erfahrung war man war man selbst ein schwarzmaler und schwarzdenker war man selbst in einer spirale gefangen oder in dem kreislauf wo einem die 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 negativen gedanken übermannt haben oder überfraut haben das ist also das ding was man halt eben auch beobachten kann dass viele immer im selben sind immer dasselbe tun da gibt es auch das tolle zital ich glaube das habe ich auch schon letzte woche gebracht oder wie auch immer oder in einem anderen podcast oder in irgendeinem anderen video was wir schon gedreht haben vom lieben einstein immer dasselbe zu machen und ein anderes ergebnis zu erwarten ja das hat ja vieles mit dem mindset zu tun ja du willst jetzt dein arsch hochkriegen aber machst nichts dafür beispielsweise aber wie siehst du das ganze wie ist dein einstieg in das ganze thema überhaupt gewesen das kann ich gar nicht mehr so genau sagen wie das war also es ist auf jeden fall schon bestimmt 8 10 jahre her und sich also man muss sagen ich bin von grund auf ein positiver mensch ich habe schon immer gerne gelacht und war schon immer eher optimistisch anstelle von pessimistisch habe mich schon als kind viel selbst motiviert sage ich meine hatte immer schon große träume große ziele und habe mir deshalb immer so positiv ausgemalt also man würde heute sagen visualisiert manifestiert ja habe natürlich dadurch auch vieles ja habe mir halt habe ich haben wir schon mal erzählt die reise auf der hauptschule angefangen was man sich so erarbeitet hat und ja also ich sag mal so ich bin halt schon ein bisschen spirituell nenne ich es mal ne also ich bin jetzt hier nicht derjenige der aber auf jeden fall spiritueller als ich es bin oder jemals sein möchte das hat ja nicht das also was heißt ich finde es immer so wir haben ja auch ein podcast zu dem thema spiritualität gemacht auch ein podcast zum thema reiki schaut euch das gerne an also ich sage mal so so mit 13 14 fing meine reise an über die meditation zum reiki grad 1 mit 18 also ich habe schon einige dinge in die richtung gemacht wobei ich persönlich nicht sagen würde das meditieren spirituell ist und auch reiki ist für mich nicht spirituell das sind praktiken also praktische ansätze wie man einfach seinen körper relaxen kann wie man einfach in einen gesunden körper kommt wenn ich mal so aber ganz kurz meditation ist hier ein riesengroßer hebel ich habe die problematik mit dem rücken beispielsweise und da kann es von vorteil sein wenn du den muskeltonus hast also dass du quasi immer angespannt bis muskel relaxen sind wir auch damit weiterhelfen können kann es durch dass das üben oder das erlernen einer tiefen meditation viele kindes vielleicht auch durch die durch die muskelanspannung ja dieses autogene training wo du deine körperteile anspannst also bizeps beispielsweise oder du visualisierst dir wie du halt eben ja der ganze körper anspannen so eine tiefen entspannung kommt kann hier meditation auch massiv helfen bevor du keine ahnung wieder in einen gift cocktail reingreifst und die 20 medikamente noch ausprobiert damit deine rückenschmerzen besser werden also thema meditation wichtig ja also auf jeden fall ging dann das gar also ja irgendwie hat mich das thema schon mein leben lang wenn ich so drüber nachdenken begleitet verschiedene bücher habe ich gelesen also sei es jetzt der magische kubus wo man ja auch irgendwo mit der psyche zu tun hat auch mit visualisieren oder sei es jetzt die kraft des wünschens ist ein buch was ich schon ach gott schon sehr sehr lange habe dann natürlich von bärbel moore bestellung ans universum also ganz viele themen und ich habe wirklich eine ganz ganz große bandbreite an literatur zu dem thema egal ob das jetzt wirklich wie gesagt das bestellung beim universum von bärbel moore ist glaube ich habe alleine 20 bücher von ihr und ihr mann ne also wirklich eine bei richtig große bandbreite dann so das thema the secret natürlich das pardon sage ich immer so ein bisschen auf englisch ne da habe ich auch alle bücher dann wirklich hell elrod's miracle morning also wirklich wir haben zu hause eine bandbreite an literatur zur positiven lebenseinstellung weil ich einfach sage das ist die basis unseres seins und das ist das ist einfach alles also positive gedanken grüpp bilden dein gesamtes leben und nicht nur dein leben sondern auch deine gesundheit es ist ja nachweislich einfach so dass man durch ängste durch wut durch ärger durch stress durch unausgesprochene worte unterdruck drückte gefühle dass man durch solche themen einfach krank wird es ist ja nachweislich schon so dass wirklich über die psyche hinweg krebs entsteht magengeschwüre darmprobleme kopfschmerzen muss also auch rücken also auch wirklich rücken verspannungen haben extrem was mit der psyche zu tun dass man da wirklich krampfhaft richtig krampft ja also ja deswegen also egal wenn man so das thema gesundheit anguckt dann fängt das thema gesundheit einfach mit einer positiven lebenseinstellung an und man sollte wirklich ja seines eigenen willens wegen versuchen positiv durchs leben zu gehen also alleine schon der gesundheit wegen aber natürlich auch wenn man im leben was erreichen will wenn man glücklich vor allem sein will dann ist es natürlich essentiell dass man positiven gedanken hat weil das gesetz der anziehungskraft einfach sagt das was ich denke ziehe ich an aber moment sagt jetzt der gewiefte hater und sagt das ganze thema mindset manifestation das funktioniert doch nicht ja also nur weil ich mir das vorstelle kann es ja gar nicht kommen aber darum geht es ja auch erst mal gar nicht klar vorstellungskraft ist das eine wunschgedanke ist das eine aber du musst ja trotzdem irgendwo in aktion treten das eine schließt das andere ja nie aus ich schock mich jetzt nicht hier oben ins büro lege mich flach auf den boden und sagt ich bin jetzt millionär oder nächste woche bin ich millionär oder irgendwas oder oder nächste woche ist dies und das oder morgen oder mit dem datum zwölfter zwölfter 24 bin ich dies und das wenn man das das eine vorstellen geht ja auch ein damit einher in aktion zu treten ja aber vor allem das thema nicht liegen zu lassen oder es nur darauf ankommen zu lassen das ist ein riesengroßer unterschied wie ich meine ja aber also ich sag mal so wenn man das thema schwarz weiß sehen will was man nicht sollte das leben ist nicht nur schwarz weiß aber dann kann man sagen entweder man ist glücklich oder man hat irgendwo eine depression oder ist halt einfach es geht einem einfach nicht gut ich kann jeden tag in gewissen zeitungen lesen und mich über missstände aufregen das macht mein leben halt eben auch nicht besser nee aber das ding ist ja halt auch es ist einfach wenn du irgendetwas erreichen willst dann musst du einfach positiv gegenüber der sache sein oder wenn du dir was wünschst oder du lässt es einfach bleiben weil wenn wenn ich jetzt zum beispiel sag es ist unbedingt also es ist mein wunsch und mein traum ich möchte auf die bahamas fliegen und an den piggy beach gehen ja und ich mir dann aber von vornherein sagt ach das wird eh nichts kann ich mir nicht leisten dass ich so teuer wo soll ich denn das geld aufbringen und dann was weiß ich also wenn ich es mir von anfang an negativ red dann kann ich den traum auch direkt nehmen und mülleimer schmeißen mal so krass gesagt weil dann werde ich das auch nie erreichen wenn ich von vornherein sagt schaff's net und ich sag mal so in unserem job ging es ja auch viel darum positiv was heißt positiv zu sein also egal wer in einem wirtschaftlichen unternehmen arbeitet wo es um zahlen geht weiß dass die ziele meistens höher gesteckt sind als das was man erreichen kann aber wenn ich von vornherein meine jahresziele bekomme und von vornherein sagt dass das schafft man sowieso nicht viel zu hoch dann kann ich es auch gleich lassen weil da werde ich es halt auch nicht schaffen also muss ich ja wirklich in in meine gedanken also muss ich ja wirklich sagen für mich ging gilt immer der leitspruch geht nicht gibt es nicht weil es ist alles alles auf der welt machbar wenn ich einfach nur positiv darüber denke mir von anfang an sage ich schaffe es und mir dann einen plan stricke natürlich also nicht ich sitze natürlich nicht da und bete dann juhu ich schaffe es universum schickt mir irgendwas sondern natürlich brauche ich auch einen plan in der tasche und muss natürlich in aktion treten dass ich das erfüllen kann oder erfüllen wird aber ich muss es mir erst mal vorstellen können oder ich muss erst mal daran glauben selbst dass es eben so ist und egal wie es ist wenn du in deinem leben ein ziel erreichen möchtest ist es scheißegal was also ob das jetzt ist du willst irgendwie sportlicher werden du willst abnehmen du willst zunehmen du willst auf der arbeit vielleicht irgendwie ein umsatz ziel oder weiß der kuckuck was erreichen wenn du von vornherein sagst du schaffst es nicht dann bist du zu 100 prozent liegst du richtig weil du wirst es definitiv nicht schaffen ganz schöner gedanke dabei finde ich ja du sagst jetzt eigentlich dass dass man es nicht schafft also wenn du dir schon von vornherein alles einredet dass es vielleicht ist es wert oder nur ist alles viel zu schwierig aber ein schöner gedanke ist doch einfach mal der wie fühlt sich das ganze an wenn du es erreicht hast es ist halt schwierig da noch mal rauszukommen aus dem ganzen ding aber wie fühlt sich denn jetzt an ich kann mir jetzt eine super parabel schwingen zum sport als ich dann noch aktiv sport wirklich betrieben habe anstatt nur yoga daheim yoga ist auch sport aber beispielsweise im kraftsport wie hat sich das angefühlt das erste mal also du arbeitest du kommst ja rein ins fitnessstudio hast einen trainingsplan den ersten und arbeitest erst mal die stange wegzudrücken oder an irgendeinem gerät zu arbeiten bankdrücken beispielsweise brustpresse so aber wie fühlt sich das also du willst ja stärker werden du willst besser aussehen deine physis verändern oder auch ein bisschen stress abbau je nachdem aber wie fühlt sich das an das erste mal 100 kilo gedrückt zu haben ich weiß es noch bis heute soll also ich wollte unbedingt das ist mal die magische zahl die 100 kilo ich weiß es noch bis heute wie es dann erst das erste mal war hast du mit den 80ern rumgekämpft dann auf die 90 und dann hast du einen tag gehabt was mit deinem mit deinem bruder vielleicht trainieren oder war ein guter kollege dabei und heute spotte ich dich und heute versuchen wir das machen und ich habe aber damals schon gewusst wie geil es sich anfühlen wird wenn ich mir selbst bewiesen habe dass ich die 100 kilo drückt weil ich war nie wirklich der sportliche typ ja das war für mich nie erreichbar sozusagen mit dem kraftsport mit fitness kam relativ spät bei mir mit 15 16 bin ich da ganz reingekommen das thema aber ich habe genau gewusst es wird affengeil wenn ich mir beweist dass ich 100 kilo drücken kann und mit sport können die meisten was anfangen zehn mal den ball hoch halten ja oder irgendwie hier around the world im fußball so lange geübt bis du gewusst hast wie geil es ist vielleicht einfach mal da 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 können die meisten rein fühlen vielleicht anders als wenn man jetzt mit dem job thema kommt aber ich sage mal mit dem sport können die meisten was anfangen wie geil sich das oder das erste mal fahrrad fahren ja du willst unbedingt schwimmen lernen all das hat er das fängt ja im kopf an aber wie die jenny hat eben schon gesehen gesagt hat wenn ich mir das vorstellen kann weil ich es halt wahrscheinlich auch nie machen können also dann gibt es schon mal eine erste faustregel die ich euch mitgeben möchte und zwar das thema nicht gibt es nicht weil das universum kennt kein nicht also es kennt kein nein aber muss es auch nicht man muss es auch nicht so spirituell ausdrücken dass das universum kein nein kennt und man sich dann genau das anzieht was man nicht möchte sondern es ist auch ganz glaube ich wie sagt man realistisch erklärbar wenn ich etwas nicht möchte und der ganze tag also den ganzen tag meine gedanken sich darum drehen was ich nicht möchte da werde ich genau das erhalten weil einfach 24 stunden ich nur darüber nachdenke und dann ziehe ich das natürlich magisch an und ja wie gesagt man sagt aber ganz einfach die faustregel es gibt kein nein fürs universum es gibt kein nicht also wenn du etwas nicht möchtest dann musst du dir vorstellen was du anstelle dessen möchtest um einfach das anzuziehen und das da die energie reinzugeben in das thema was du gerne hättest und nicht in das thema was du nicht möchtest weil oftmals sind leute ja negativ weil naja wie gesagt also für den einen ist das glas halb voll für den anderen ist das glas halb leer aber letzten endes ist es ja oftmals so dass die leute nämlich genau so sind was ich vorhin gesagt habe dass sie von vornherein sagen ach das schaffe ich eh nicht und man muss doch mal mit die kirche im dorf lassen man muss doch mal realistisch bleiben und ach quatsch und ich doch nicht und überhaupt und zwar habe ich hier fünf top tipps mir rausgesucht ich wollte noch mal kurz fertig reden auf jeden fall geht es einfach darum dass wenn wie gesagt die gedanken sich wirklich nur darum kreisen was als nächstes negatives passiert oder was nicht zum beispiel man sagt ja es gibt ja dieses sprichwort wenn eine sache also meistens kommt eine sache nicht alleine sondern es kommt alles auf einmal oder man hat ja diese redewendung oftmals im haushalt wenn ein elektro kaputt kaputt ein elektrogerät kaputt geht dann folgen die anderen auf jeden fall auch also schlimmer geht immer und es kommt immer schlimmer als man denkt und man kennt ja die sprüche da geht die waschmaschine kaputt dann geht auch der die spülmaschine kaputt und der kühlschrank zum beispiel ja toi 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 ich glaube gleich mal ja im endeffekt aber man redet sich das ja schon selber ein also weil da geht eine sache kaputt oder zum beispiel vielleicht ist es gar nicht so zum beispiel ist die waschmaschine macht vielleicht ein komisches geräusch vielleicht hat dieses geräusch in hintergrund aber bei dem geräusch denkt man schon so ich glaube die geht kaputt ich glaube ich glaube das ist nicht mehr so so lange und dann schenkt man schon die energie da rein und wenn die dann wirklich kaputt gegangen ist vielleicht wäre sie gar nicht kaputt gegangen wenn man den monteur gerufen hätte und vielleicht war einfach eine schraube locker und dadurch dass man niemand gerufen hat hat die schraube sich gelöst die waschmaschine ist kaputt okay dann denkt man ja schon oh gott was wird als nächstes passieren oh gott oh gott oh gott ach gott vielleicht der fernseher ach gott vielleicht dies ach gott das gerät ist schon so alt ja ja im endeffekt ist es ja dann auch so dass dann eben die nächsten dinge kaputt gehen weil man sich das einfach herbeiruft deswegen ja also die meisten dinge probleme sind wirklich hausgemacht das ist so weil man sich das herbei wünschen das soll jetzt auch nicht heißen dass wir das gehe also dass wir immer perfekt im positiven mindset sind ja wir machen sehr sehr viel dafür jeden tag wirklich jeden tag aber nichtsdestotrotz also kann ich zumindest von mir sagen ich schaffe es auch nicht immer und manchmal bin ich auch in diesem gedankenkarussell der ängste der wut was es so alles gibt vielleicht durch meine langjährige übung erkenne ich das schneller und habe vielleicht schneller eine methode aus diesem rad auszubrechen aber es gelingt mir auch nicht immer weil ich will jetzt sagen dass wir hier perfekt sind aber ja ich muss mich immer an den einen satz erinnern außen aus dem miracle morning oder ich weiß es nicht mehr auf jeden fall aus aus einem dieser bücher die einfach die fünf minuten regel also das ist das ist wirklich für mich das thema nicht jedes mal daran zu erinnern wenn ich mich gerade aufregen will oder mich irgendwo reinsteigere ich habe es letzte woche glaube ich schon gesagt gehabt man also wenn du dich ärgern lässt bist du selber schuld so aber muss man dann ist schnell in dem thema lasst man sich alles gefallen oder gibt halt eben auch mal kontra aber das muss man immer abwägen nutzen kostenrechnung wie willst du da überhaupt dich rein involvieren das ganze thema aber das thema wut mut im bauch das ist ein thema für mich sich nicht aufregen ist ein thema definitiv ein thema bei mir wo ich echt hart daran arbeiten muss weil ich mich schnell aufregen kann nicht unbedingt über lapalien für mich ist es halt eben oftmals der grundsatz der gerechtigkeit der fairness und wenn ich sehe dass was nicht richtig läuft was nicht fair ist dann kann ich schon ziemlich stierig werden da kann ich mich aufregen dann kann ich auch ausfallend werden wenn ich merke es läuft was nicht gerecht aber ich finde es ganz gut hier die die paar ein paar top tipps zu haben über die man auch noch sprechen könnte ist jetzt keine liste zum runterbeten sondern ich schmeiße es jetzt einfach mal rein hier in das mikrofon in die kamera vielleicht machen wir was daraus top tipp nummero uno positive selbstgespräche positiv self talk führen achte darauf wie du mit dir selbst sprichst ersetze negative gedanken durch positive und ermutigende aussagen das stärkt dein selbstvertrauen und fördert ein gesundes mindset bestes beispiel hier es geht jetzt darum immer nur sportbeispiele zu bringen aber das können die meisten leute nachvollziehen ja wir haben den zirkel dass der 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 mannschaft der die sich im kreis aufstellen ja irgendeinen leitspruch haben von der mannschaft und sich gegenseitig pushen bevor das spiel anfängt ein ronnie coleman war sein leitspruch immer leid wo das das gewicht war nie leicht ja wenn du keine ahnung über 1000 pfund heraus drückst in der beinpresse oder was weiß ich wie viel kilo oder 2000 pfund irgendwas oder keine ahnung du hast über 300 kilo auf der auf der kniebeuge drauf auf dem rücken ja aber immer gesagt lightweight ja er hat sich quasi selbst motiviert das ist halt eben funktioniert dass er reingeht in die in die übung in den vielleicht auch persönlichen rekord an der stelle um das halt eben zu schaffen und ich kenne es halt eben sehr sehr gut aus dem sport in dem man nicht unbedingt sich selber anschreit ja aber selbst im kopf so eine motivation aufbaut dass der versuch gelingen wird aber wie noch ich wiederhol es gerne noch mal vielleicht hast du auch noch ein paar gedanken dazu zum positive self talk dass man eben negative gedanken auch durch positive ersetzt und durch ermutigende aussagen ja also durch ja viel gesagt dass mit irgendwas wünschen dass etwas nicht passiert sondern etwas einen anderen ausgang sich zu wünschen ja also ich sag mal so das problem an der an an der sache sind oftmals oder ich will das problem sagen ich mag das wort probleme jetzt gibt nur herausforderungen und die kann man meistern sind die negativen glaubenssätze die man einfach schon in sich hat und das manchmal von kindheit an also nicht mal dass das jemand böse meinte aber so diese bauernregeln und lebensweisheit also einfach negative glaubenssätze ne also egal zu welchen themen es gibt leute die haben ganz ganz schlechtes mindset zum thema geld also das geld schlecht ist und geld verdirbt den charakter gibt es ja auch richtig viele glaubenssätze die sollte natürlich als erstes schon mal weg beiseite legen einfach übernommen was für scheiße hat man übernommen es ist einfach so ne also deswegen man man sollte das wirklich durch positive glaubenssätze ersetzen keine ahnung geld ist schön zum beispiel ne also man wenn man einfach merkt man hat man sollte erst mal in sich horchen und seine negativen glaubenssätze versuchen aufzuschreiben vielleicht auch einfach wenn das hirn wieder rattert über den tag einfach mal ins handy wenn man jetzt nichts zum schreiben dabei hat in die notiz app einfach reinschreiben was habe ich gerade gedacht welche themen beschäftigen mich ich bin hässlich ich bin fett ich bin zu dünn ich hab scheiß haare ich bin so ich habe so ein hässliches gesicht ich habe kein geld ich bin arm ich bin ehentauge nichts also war egal was man so hat wirklich mal runterschreiben und sich dann einfach mal zeit nehmen und diese negativen glaubenssätze in positive glaubenssätze umwandeln und die wirklich auswendig lernen und immer wenn euer hirn einfach wieder von dannen geht ja und irgendwo denkt dann müsst ihr wirklich positiv diese affirmationen ersetzen ich würde auch für den anfang empfehlen wirklich sich hinzusetzen am besten morgens ihr könnt auch abends machen wie es euch besser ist und einfach diese glaubenssätze immer wieder runter zu schreiben und auch zu wiederholen also wenn ihr es nicht laut machen wollt weil ihr euch noch schämt dann vielleicht einfach im kopf gedanklich und immer dann wenn ihr so einen negativen glaubenssatz wieder habt dann ersetzt ihr den durch den positiven das ist schon mal eine ganz wichtige einfache grundübung ich finde da ist auch eine sehr gute übergangs eine gute eine gute überleitung hier zum zweiten top tipp nummero zwei hier dankbarkeit zu praktizieren nimm dir täglich zeit um dankbar zu sein und die positiven dinge in deinem leben zu erkennen das kann helfen dich auf das positive zu konzentrieren und dich von negativen gedanken fernzuhalten was sind deine zwei cent dafür naja also dankbarkeit ist sowieso das a und o also ich persönlich habe ein dankbarkeit tagebuch das heißt ich schreibe wirklich jeden tag zehn punkte auch für die ich dankbar bin in meinem leben und das muss nichts großes sein weil die meisten haben immer auch gott ich finde doch keine zehn punkte pro tag ja es geht nicht darum zu sagen ich bin dankbar dass ich keine ahnung ich bin dankbar dass ich jetzt auf die bahamas fliegen konnte oder ich bin dankbar dass ich auf dem konzert war oder ich bin dankbar dass ich keine ahnung im lotto gewonnen habe sondern es geht um die kleinen dinge ich bin dankbar dass ich was zu essen habe ich bin dankbar vor allem dass ich gesund bin dafür könnte jeden tag 100 millionen mal dankbar sein weil gesundheit ist einfach alles auf der welt also das muss man wissen dann ich bin dankbar dass ich darüber im kopf habe ich bin dankbar dass ich meinen mann habe ich bin dankbar für mein hund dankeschön also also so wirklich die dinge die wir als selbstverständlich sehen die sind jetzt selbstverständlich und jeder hat eine million gründe in seinem leben für die er dankbar sein kann und das ist sowieso eine grundübung und da will ich euch auch definitiv wärmstens ans herz legen das buch the magic von the secret das ist das a und o ich mache dieses buch wirklich immer wieder von vorne durch das in 28 tage also 28 dankbarkeitsübungen drin man kann also man muss das buch am stück durchmachen wenn man einen tag nicht schafft fängt man wieder von vorne an aber wenn ihr es einmal durch habt könnt ihr entweder wie ich das buch immer wieder von vorne durch machen oder ihr sucht euch pro tag eure beliebige übung raus also sind 28 übungen zu allen möglichen themen also zum thema geld thema gesundheit thema liebe also zu allem möglichen und dann sucht ihr euch einfach die beliebige aufgabe vielleicht raus die zu euch passt und macht jeden tag eine übung das hilft so so viel einfach um in der dankbarkeit wirklich zu bleiben und dankbarkeit zu üben und ja es klingt manchmal befremdlich aber man kann wirklich für jede situation im leben dankbar sein und manchmal wenn es situation erst mal also negativ ist richtig negativ und glaubt uns wir haben in den letzten zwei jahren vor allem sehr viel negative dinge erlebt also wirklich tot ist was negatives von einem geliebten menschen oder egal was ja also egal wie schlimm das thema aussieht ich kann euch brief und siegel geben es gibt für alles im leben einen grund und manchmal wenn dinge beendet werden kommen bessere dinge ich will jetzt nicht sagen um gottes willen wenn man von tot redet es kommen bessere menschen auf gar keinen fall das ist nicht so aber es kann ein aber aufwecken auch genau es ist neu an ich meine wir müssen leider alle gehen für den einen ist halt das stündchen schneller geschlagen für das andere später leider haben wir das nicht in der hand wann meiner meinung nach wann tag x da ist ja aber ich sage einfach mal so aus jeder negativen situation in meinem leben und ich habe echt schon super viel richtig scheiß situation erlebt ist daraus einfach eine bessere situation am ende des tages entstanden für mich und ich gebe euch brief und siegel wenn ihr über euer leben nachdenkt ist es genau so deswegen sollte man auch in einer negativen situation des positives sehen also zum beispiel klar ich war auch super sauer letztes jahr ist meine oma gestorben die war für mich wirklich so der mensch nummer eins ja also mitunter der mensch nummer eins weil ich bei meiner großmutter groß geworden bin und ich mit ihr viel ausgetauscht habe und überhaupt das war für mich neben meinem mann natürlich und neben meinen anderen familienmitgliedern die es noch gibt was für mich so einer der wichtigsten personen in meinem leben aber von dem tag an wo ich einfach wusste dass sie wirklich krank ist also erstens habe ich trotzdem immer positiv gedacht und habe mich da nicht unterziehen lassen aber ich habe einfach gesagt ich bin so dankbar dass ich 40 jahre mit meiner oma verbringen durfte andere menschen kennen ihre oma noch nicht mal sie haben sie nie kennengelernt manche haben ihre oma verloren da waren sie jung und ich bin wirklich so dankbar ich hatte 40 richtig schöne intensive jahre mit meiner oma und diese dankbarkeit und diese schöne zeit die ich hatte die muss einfach der trauer und dem verlust überwiegen deswegen ob es jetzt immer überwiegt ist das eine aber ist auf jeden fall mal ein punkt wo man daran ansetzen kann nicht in die negativ spirale zu kommen sollte aber überwiegen es ist ja ist ja ist ja ist ja ist ja ist ja guten ist ja guten recht wenn man wenn man wenn man wenn man sich dessen bewusst ist was man alles an der person hatte wie viel zeit man miteinander geschert hat und so weiter weil viele glauben ja gar nicht daran oder denken gar nicht daran was was sie gutes hatten sondern sie gehen sie denken eher daran was sie nicht mehr haben und sind dann wieder in diesem negativen fluss weil ich finde halt die größte übung an so einem dankbarkeitstagebuch beispielsweise wenn du dir zehn punkte jeden morgen aufschreibst oder am abend das eine das zum einem das aufzuschreiben zu verinnerlichen und jedes mal noch mal danke zu sagen ja dreimal danke wie auch immer ja wirklich zu wissen was habe ich und nicht was fehlt mir das ist ein riesengroßer punkt weil anstatt immer nur links und rechts zu schauen beim nachbarn was hatten wir jetzt auf seinem teller ich will jetzt auch noch keine ahnung noch eine currywurst oder mir fehlt diesen mir fehlt das müssen wir uns halt einfach mal begreiflich machen was haben wir denn überhaupt also nein das ist sowieso das schlechteste was es gibt und neid wird immer nur zu noch mehr verlust führen also ich persönlich glaubt wirklich an den gleitsatz schon immer the more you give the more you get also je mehr du gibst desto mehr kommt zurück ich sag immer das ist für mich nicht materialistisch zu sehen weil gerade ich sag mal in deutschland ist ja jeder so über korrekt und ich kenne das auch da wird jetzt sogar notiert wie viel geld hat mir jemand zum geburtstag geschenkt dass ich das gleiche wieder zurück schenken kann also man will so niemand was schuldig sein aber es geht gar nicht um das materielle es geht einfach darum wenn man mehr hat dann kann man etwas abgeben man kann etwas spenden wenn man zeit also wenn man jemandem offenes ohr manchmal geht es ja wirklich nicht um materielles es geht wirklich um das offene ohr es geht um die zeit die man verbringt um die zuneigung vielleicht wirklich darum dass man den nachbarn zu fuß sieht und nimmt einfach mit nach hause weil es regnet oder man trägt wirklich der alten oma die tüte einfach nach hause oder erledigten einkauf es geht ja um solche dinge und ich gebe euch brief und siebel wenn ihr immer geber seid also natürlich nur was ihr könnt es soll sich niemand irgendwie verschulden oder schlecht fühlen weiter gibt sondern wenn ihr offene kapazitäten habt egal in welche richtung ob zeit ob geld ob sonst was und wenn ihr dann einfach zurückgebt dann gebe ich euch brief und siegel ihr bekommt doppelt drei vier und fünffach einfach zurück nicht unbedingt immer von der person wo ihr gegeben habt aber von anderer stelle da glaube ich ganz fest dran und dann komme auch zu meinem zwei also auf jeden fall zu einem weiteren punkt an den ich fest glaube und das ist kammer also ich glaube daran was man sieht das erntet man und was also im leben kommt alles zurück und deswegen achtet so furchtbar auf eure worte die ihr sprecht achtet auf eure gedanken wirklich jeglicher neid jegliche negativität solltet ihr von euch fernhalten weil sonst kommt zurück und ich bin da halt ein extremer mensch ja also aber achtet einfach mal versucht mal drauf zu achten wenn ihr negativen gedanken hegt schlecht gesprochen habt über jemanden und wie gesagt ich nehme ich da jetzt nicht raus ist nicht so als ob ich immer nur schön sprechen mich über nichts aufregner aber ich merke einfach es ist so es kommt einfach zurück die negativität die man hat vor allem kann mir keiner erzählen der stets und ständig dabei ist sich über andere auszulassen sich aufzulegen sich danach gut fühlt ich meine wir sind doch nicht der gargermädel von den schlimmsten oder sowas ja dessen dessen lebensinhalt das war ja dass das frisst doch einen selber auf also man kann es jetzt dumm sehen ja aber ich mein spielt mal das spiel mensch ärgert sich denn also jetzt mal ohne witz das ganz ganz viele haben das ja sage ich mal jetzt neu für uns wir spielen seit zwei oder drei jahren sogar immer samstags und sonntags mit meinem opa früher auch mit meiner oma meiner tante karten also rome und ja letztens habe ich halt auch das wohnzimmer ausgemistet und habe meine alte spielesammlung gefunden und da ist unter anderem mensch ärgere dich nicht drin und da dachte ich ja komm wir können mal mensch ärgere dich nicht spielen und jetzt bin ich irgendwie voll gehypt davon auf jeden fall ist es aber auch so selbst in dem spiel nachweislich wenn man so gehässig ja ich meine ist logisch das spiel geht darum dass halt einer gewinnt und dass man die anderen rauskickt aber wenn man so gehässig ist und so ich hab dich jetzt vorm loch so auf die art der vorm haus weg herausgeschmissen dann wird man selber geschmissen das ist einfach ja das hast du so erleben müssen habe ich so erleben müssen deswegen ja also auf die kleinen sachen aber auf dem ganzen weg das auf dem ganzen weg des positiven mindsets nur haben wir hier im top tipp nummer und press nummer und drei selbstfürsorge priorisieren kümmere dich um deine psychische physische emotionale und mentale gesundheit sorge für ausreichend schlaf gesunde ernährung bewegung zeit für entspannung die stärkt dein wohlbefinden fördert ein gesundes mindset ja auf dem ganzen weg des selber findens nicht selber verlieren ja man sollte schon eben schauen inwiefern man sich da jetzt vielleicht auch selbst wieder unter druck setzt ja durch die umgebung vielleicht oder auch durch einen selbst durch die erwartungshaltung an einem selbst aber kümmert euch um euch weil dann könnt ihr euch auch um andere kümmern man kann sich nur um andere kümmern wenn man selber mit sich im reinen ist und man kann auch nur liebe geben wenn man sich selber liebt also das sind so sowieso die grundsätze für die man sorgen sollte natürlich je besser mir es körperlicher geht umso positiver bin ich natürlich auch gedanklich also das ist natürlich ganz klar steht ja kümmere dich also hier eine gesunde ernährung da klar da bin ich jetzt sind wir jetzt auch wieder dabei wir sind ja eigentlich nie nie wirklich off ja sondern wir gönnen uns halt öfters mal was 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 ganz so gesund ist aber wir gucken schon über 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 gemüse über mageres fleisch über supplementierung dass man uns da halt eben schon vernünftig ernährt aber ich habe was ich habe ich habe was gutes vor längerer zeit gesehen und gelesen wie sehr musst du dich selber hassen so auf die art dass du deinem körper so viel scheiße zufügst da da reden halt eben auch um keine ahnung alkohol trinken um 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 zigaretten um auch shisha rauchen gehört dafür für mich meiner meinung zu die ganzen vapor was weiß ich nicht wie viel musst du dich selber hassen ich weiß ob das auch ein bisschen polemisch ist so dass man da halt eben extrem darauf reagiert auf so einen satz oder auf so einen spruch dass du wieso musst du dich selber hassen dass du deinem körper so viel scheiße zufügst es ist halt nicht immer einfach erklärt wenn man beispielsweise eine depressiven phase jeder macht eine depression durch früher oder später machen wir uns nichts vor call us burn out call us whatever wir werden früher oder später alle eine depression erfahren damit der körper wieder erwachen kann aber in so einer depressiven phase kann es durchaus sein dass man sich eventuell schlecht ernährt dass man links und rechts schaut sich vielleicht schlechte angewohnheiten aneignet und so halt eben vielleicht mal von der geraden bahn abrückt ich meine kriminell zu werden oder sonst sondern einfach dass man sich scheiße ernährt und sich eventuell dann auch so nicht nur so viel vielleicht auch dann so ein stück weit aussieht und natürlich die engständige umgebung ein dann nur noch so wahrnimmt wie man halt eben aussieht und nicht das sieht was einen in einem so los ist deswegen gesunde ernährung ist glaube ich somit auch der der schlüsselhebel da weil das was du ist bist du irgendwo diese alte spruch die alte weisheit käme doch alle irgendwo her aber du hast ja das ding ist einfach ich denke dass vieles einfach thema sucht ist und das sucht ist auch nicht so einfach ja also man kann also ich als ehemaliger raucher jetzt zu hören wenn man raucht tut bei seinem körper nichts gutes natürlich tut man dem nichts gutes man muss sich selber hassen naja wenn man halt mal in dieser sucht ist es wirklich wirklich nicht einfach da rauszukommen also am besten wirklich gar nicht mit sowas anfangen aber für mich ist das ganze thema sucht ja auch zucker zum beispiel zucker ist ja auch eine sucht also ich glaube sogar die schlimmste sucht die es überhaupt gibt weil es ist so für mich sind immer so diese verdeckten süchte viel schlimmer wie die offensichtlichen süchte zucker in wasser weil was also einfach zucker ist einfach ja das ist einfach der zucker tötet uns es ist einfach so und ich rede jetzt hier nicht von der coke oder sowas an zucker tötet uns das ist einfach fakt wir wissen das auch aber natürlich lieben lieben wir es irgendwie alle auch ne ich meine es ist so also mir geht es ja genau so eine schokolade ist mein endgegner aber ja man sollte einfach versuchen das ganze mit maß und ziel zu betreiben und ich finde die aggie hat da was richtig schönes gesagt sie hat könnt ihr auch mal anhören den podcast zum thema essstörung und zwar sie war ja in der klinik wirklich weil sie wirklich eine essstörung nachweislich gehabt hat und auf jeden fall hat sie gesagt sie hat einen plan an denen sie sich halten muss wie sie sich ernährt weil sie kann hat kein körpergefühl mehr für hunger also sie weiß nicht wann sie hunger hat und war nett wann ist es lust wann ist es langeweile wann ist es hunger und deswegen hat den strikten essensplan an denen sie sich hält und sie sage hat was gesagt und das finde ich richtig gut was süßes ist auch keine belohnung und nichts besonderes was süßes ist etwas es ist ab und zu weil es einfach gut schmeckt und weil manchmal braucht man es einfach für die nerven aber es ist nichts besonderes und ich glaube genau das ist es wenn man alkohol süßigkeiten zigaretten als nichts besonderes hält sondern als etwas was man ab und zu mal macht dann hebt es das von diesem sockel einfach mal runter und man hat einfach weniger das verlangen danach wobei also wie gesagt rauchen würde ich euch empfehlen lasst am besten von vornherein weil also ich persönlich diese komischen also sage ich mal diese leute die dann so keine ahnung party raucher sind also das würde für mich gar nicht gehen aber auch so das thema alkohol mit maß und ziel ist es mit sicherheit okay aber wenn man schon täglich den konsum betreibt dann ist schon schwierig das ding ist man betäubt sich eben wirklich also man hat probleme egal ob man jetzt übermäßig zucker also süßigkeiten ist oder ob man jetzt fast food übernimmt man nennt es ja nicht umsonst soul food also ob pizza burger jetzt mein liebster partner sind oder ob man jetzt sagt man beamt sich weg egal ob jetzt mit alkohol oder sonstigem es ist ja ein entfliehen aus irgendwelchen sorgen problemen dinge die einen beschäftigt sei es liebeskummer sei es angst sei es verlust egal was kannst du kannst mir doch auch nicht erzählen also mach mal nicht aber du kannst mir erzählen wenn du das erste mal wodka getrunken hast oder irgendeinen shot dass das voll geil geschmeckt hat nein dann machen die leute red bull rein irgendeinen energy trinken und das mit maracuja auch mir hat wirklich noch nie alkohol mir schmeckt alkohol einfach mehr aber ich finde bier widerlich ich finde generell es gibt kein alkohol wo ich sagt es schmeckt gut deswegen trinke ich es ja auch nicht aber aber genau darauf will ich hinaus darauf will ich hinaus genau spaß ja weil man weiß noch zwei drei bierchen noch ein viertel liter wein was weiß ich nicht und dann bin ich im modus weil man wenn man 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 trinkt sich ja in den rauch um wie vielleicht probleme los zu werden abgelenkt zu sein glückshormone wieder zu spüren oder auszuschütten einfach einfach des rauschens willens nicht einfach weil das geil schmeckt ja ist auch so also es war bei mir genauso und ich will das auch mal so lecker chianti ist so lecker weinchen zum zum essen oder ich muss los nein das also ja gut es ist halt so mir schmeckt einfach alkohol nett aber das ding ist natürlich war ich auch derjenige der einfach gern mal ein bisschen was getrunken hat am wochenende und einfach mal party gemacht hat um den ganzen dress der woche loszulassen das problem oder was heißt das problem das thema bei mir aber einfach war das dass der kater danach für mich so schwerwiegend war irgendwann im alter jetzt mal ja also mein körper kann ich kann einfach nicht mehr lang schlafen ich war früher jemand als teenager nicht mal 20 da habe ich zehn stunden geschlafen da bin ich morgens um 600 disco heim und bin mittags um fünf aufgestanden und dann hat die mama schon was gekocht gehabt da habe ich was gegessen und alles war gut man zwar einen dicken kopf gehabt aber es ging aber heute ist mein körper so getaktet ich kann einfach nur sechs stunden am stück schlafen und wenn ich um fünf ins bett gebe ich euch brief und siegel bin spätestens um neun wenn überhaupt noch früher wach und dann ist man natürlich mitten in diesem kater drin und der kater hat bei mir am ende auch über tage angehalten und dieses gefühl dieses ekelhafte gefühl morgens mit so einer birne solche kopfschmerzen zu haben einem ist kotz übel man muss vielleicht noch mal sich übergeben und dann dieses ausgelaugt sein und das über tage hinweg dieses gefühl hat sich bei mir so abgespeichert dass ich das einfach nicht mehr will und dieses gefühl überwiegt einfach diesen jahr ich fühle mich geil ich fühle mich frei feierei party juhu ja für diese drei stunden wo man da on fire ist das überwiegt einfach und deswegen habe ich mich gegen alkohol entschieden aber das muss ja auch nicht heißen dass ich ja vielleicht in 20 jahren dann wieder der kick also aber wenn man schon so schön im flow sind tipp top tipp nummero vier herausforderung als chancen sehen dass wir mal ausreden betrachte herausforderung und rückschläge als gelegenheiten zum wachstum und zur persönlichen weiterentwicklung siehe nicht siehe sie nicht als hindernisse sondern als möglichkeiten deine fähigkeiten zu stärken und zu lernen hast du vorhin gut gesagt aus 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 den schwierigen zeiten zu was großem erwachsen beispielsweise ja schwierige zeiten machen starke männer gibt es ja diesen spruch und und was weiß ich was es also es gibt einfach die chance sehen sie am schopfe packen und durchziehen weil es ist nicht immer alles so wirklich in stein gemeißelt wie es auf den ersten blick ist wenn man denkt jetzt muss man verzagen und aufgeben seht einfach mal die veränderung als chance ja es gibt keine probleme sage ich ja es gibt nur herausforderungen und an denen wächst man auch und es muss ja auch negative dinge geben dass man überhaupt also man muss sich ja auch schlecht fühlen dass man überhaupt glück empfinden kann also wenn man nicht wüsste wie sich angst oder wut oder trauer anfühlt würde man ja auch gar nicht wissen wie sich glück anfühlt also es muss ja immer diesen gegenpart geben aber es geht einfach darum im leben einfach diese ja irgendwo so die balance zu halten dass man nicht immer overhyped ist oder overwhelmed wie man das immer so schön im neuen nennt aber auch nicht immer zutiefst am boden betrübt und zerstört also ich glaube es geht hier einfach darum ja klar wenn man jetzt auch mal gesamtwirtschaftlich sieht was hier gerade so los ist im augenblick oder seit ein bisschen längerem vielleicht auch da vielleicht mal umdenken dass nicht alles so prekär scheiße ist immer immer meine ausdrücke da muss ich auch echt dran arbeiten sondern dass man vielleicht mal links und rechts schaut ja wo ist meine chance überhaupt ja viele haben angst vor vor der ki vor der künstlichen intelligenz gleich schaust halt auf einmal mal wo hast du eine chance sei es beruflich sei es monetär vielleicht kannst du es auch für den social media auftritt benutzen es ist nicht immer alles gleich immer so schlecht oder oder ich habe es ja auch in meinem live streaming gesagt es wird nicht mal so heiß gegessen bis gekocht wird ja sondern einfach mal gucken wie kannst du diverse sachen diverse gegebenheiten für dich überhaupt nutzen herausforderung als chance und ich finde auch hier der nächste top tipp auch eine der also wir hatten die dankbarkeit enorm wichtig aber hier den top tipp nummer fünf sehe ich auch irgendwann als fundamental wichtig umgebung beeinflussen umgebe dich mit positiven menschen die dich unterstützen und ermutigen vermeide negative einflüsse und umgebungen die dein mindset belasten könnten deine umgebung spielt eine große rolle bei der gestaltung deines denkens deiner einstellungen hat man auch letzte woche schön darüber gesprochen dazu könnt ihr euch auf jeden fall unseren podcast anhören da haben wir auf jeden fall ausführlich über das thema umfeld gesprochen aber natürlich ist es auch wichtig einfach negative die negativität fernzuhalten in dem sinne nicht nur was ist das engste umfeld was es schon gibt es ist natürlich auch das a und o aber manchmal ist es halt so dass man sich die familie eben nicht aussucht sondern man hat die familie man sucht sich auch sein chef in der regel nicht aus außer man ist natürlich wie wir im network marketing da hat man nämlich im prinzip keinen da sucht man sich tatsächlich die leute aus aber das ist ja geht ja einfach nicht immer so aber dann wirklich den kontakt mit diesen menschen minimieren oder wirklich aufs minimum runterfahren und am besten ja die ich will jetzt sagen die menschen ignorieren aber einfach sie denken links rein rechts raus und fertig aber noch wichtiger ist es einfach zu schauen dass man einfach von positiven medien umgeben ist also erst mal bitte schaut drauf wem folgt ihr bei instagram facebook tik tok youtube also was schaut ihr euch an guckt ihr euch negativ nachrichten an ja was für ein elend was für leid auf der welt alles gibt und wie schlecht doch alles ist oder habt ihr menschen um euch denen ihr folgt die täglich wirklich positive dinge schreiben und da gibt es so so viele da draußen also ich folge einigen wo man wirklich sagen kann also es gibt ja auch eine zig coachs da draußen ob man jetzt wirklich an deren kurs immer teilnehmen muss sei dahingestellt muss man nicht aber nichtsdestotrotz tun die ja schon positive dinge verbreiten also denen folgen kann man ja schon aber es müssen nicht nur coach sein ihr könnt auch uns folgen zum beispiel bei uns werdet ihr auch nur positives finden leiten kommentiert abonnieren und teilen in der regel auch bei allen also bei fast allen networkern ist es ja so also es sind immer gute menschen zu folgen weil da kommt einfach immer sehr viel positives und vor allem schaut auch hört ihr radio oder hört euch verschieber so ein podcast an wie wir ihn jetzt aufnehmen wenn ihr unterwegs seid im bad oder im auto oder keine ahnung und was schaut ihr wirklich also wir gucken wirklich über 20 jahre glaube ich schon kein fernsehen mehr die wird es ja alles mehr seitdem wir zusammen sind auf jeden fall wie lange sind wir zusammen wir sind jetzt bald im siebzehnten jahr also so und dann habt ihr zu mir gesagt das ist ja schon viel länger als ich letztes mal gesagt habe 15 jahre habt ihr gesagt das ist länger als du bist jetzt 20 jahre sein so ja also auf jeden fall haltet euch fern von nachrichten weil um gottes willen ich will das nicht runterspielen krieg ist was ganz schlimmes und es ist was furchtbares aber wir ändern nichts daran wenn wir uns täglich diese bilder anschauen und am ende doch nichts ändern also wenn ihr es schlimm findet dann natürlich jeder findet es schlimm um gottes willen aber dann versucht was zu machen oder zu helfen oder keine ahnung aber es bringt nichts sich immer mit diesem negativen zu belasten ja es ist alles teuer und es ist schlimm und es nervt und dass der einkauf immer teurer wird aber noch sich darin zu suhlen und sich nur damit zu beschäftigen macht es besser dann überlegt euch lieber wie könnt ihr euer geld maximieren also wie könnt ihr noch mehr einkommen schaffen wäre dann die bessere variante wie sich darum zu kümmern dass alles zu teuer ist also auch noch mal wir gehen hier nicht mit scheuklappen durchs leben wir wissen schon was los ist bloß ist es dann wirklich dass naja die 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 dreißigste schockmeldung und schreckensmeldung die über die bildschirme läuft oder wenn du hier auf deinem mobiltelefon nach ich habe es hier links wenn du dann swipes deutsche bahn dann hast du hier irgendeinen flitzer dann der klimabericht tödliche attacke bei schloss neuschwanstein was ist mit gleichberechtigung von frauen also jetzt alles schön und gut das alles so themen aber hier wirst du ja dauer bespielt du wirst ja dauer bespielt mit irgendwelchen themen die dich ja irgendwo beunruhigen sollen ja die informieren kann die informieren dich aber vor allem sollen sie dir sagen du bist nicht sicher ist meine auffassung ja genau wie ein ein gewisser gesundheitsminister erst vor kurzem gesagt hat hatte dass man sich auf krieg vorbereiten soll es ist kein o-ton ich habe hier keine zitatsfunktion aber sinngemäß man soll sich auf kriege vorbereiten und das gesundheitssystem weiter ausbauen also sie wissen ja auch bald immer was labern aber bevor man hier komplette faden verlieren uns irgendwo sachen rein verstricken habe ich hier noch zwei sonderzuschlag tipps beziehungsweise haben wir auch ein schon vorweggenommen visualisierung nutzen also noch mal stelle dir regelmäßig vor wie du deine ziele erreichst und erfolgreiche ergebnisse erzielt auf der einen seite visualisierung kann dir helfen deine ziele klarer zu sehen und deine motivation zu steigern hat man ja vorhin lang und breit besprochen aber tipp nummer sieben wir hatten ja das thema dankbarkeit danke für das was man hat und sowas nur aber vor allem auch wichtig aus fehlern zu lernen lerne aus fehlern betrachte fehler als lernmöglichkeit und nicht als misserfolg analysiere was schiefgelaufen ist und identifiziere möglichkeiten zur verbesserung das hilft ja dich weiterzuentwickeln und in zukunft erfolgreicher zu sein heißt in der summe klar wir sind nicht hier wir haben ja kein diktat geschrieben aber auch ein diktat zeigte doch auf guck mal da hast du dieses thema mit mit dem das oder doppelt es keine ahnung damals scharf es ist das musst du hier noch mal verbessern wir zeigen dir auch nur auf was du verbessern sollst in deinem leben und so soll das halt eben auch in deinem persönlichen alltag sein dass nicht immer alles ein misserfolg ist sondern das ist halt eben wie man vorhin auch schon sagt eine möglichkeit ist da aus dem persönlichen wachstum beispielsweise ja also ich sehe das so also ich bereue meinem leben wirklich gar nichts weil ich habe aus allem was ich getan also erstens mal bräuch nichts weil ich meiner meinung nach die entscheidung immer getroffen habe also ich habe nicht irgendwie etwas negatives getan ja also ich habe jetzt irgendwie nicht jemand umgebracht oder so war das heute heute ja aber die dinge die passiert sind sind wirklich fehler sind da um daraus zu lernen dass man sie nicht mehr wiederholt und wir menschen sind nicht fehlerfrei und niemand ist fehlerfrei also erwarte nicht von deinen eltern von deinen kindern von deinem partner dass er fehlerfrei ist das leben spielt wie das leben spielt und das leben passiert und es werden auch echt schlimme dinge in deinem leben passieren die frage ist halt nur also ich bin der meinung einmal auf jeden fall hat jeder das recht dazu einen fehler zu machen ob man den fehler noch also ob man dann geduldet dass der fehler noch mal wiederholt wird ist wieder eine andere sache oder ob man es auch sich gegenüber sich selber duldet weil dann ist es schon kein fehler mehr dann ist es eigentlich schon eine verhaltensweise die man sich aneignet das ist halt so das eine ja und aber das ding ist auch es gibt auch dinge die muss man auch nicht können weil gerade wenn er sagt diktat ich kann einfach nicht rechtschreiben ich bin 40 jahre alt ich kann nicht rechtschreiben ich weiß dass es nicht eine anspielung war aber ich muss das auch nicht ich habe meinen bachelor trotzdem gemacht und mache jetzt mein master und kann nicht rechtschreiben leute man muss nicht alles können im leben ja und es gibt auch fehler zu denen kann man einfach stehen und die sind so wie sie sind natürlich könnte ich jetzt meine energie darin reinsetzen um zu sagen ich schreibe jetzt alles fehlerfrei muss nicht mehr bei google nachschauen oder habe halt keinen schreibfehler mehr ganz ehrlich wenn sich jemand darüber kaputt lacht dass irgendwo anstatt dnt steht oder sonst was dann hat der mensch irgendwie auch keinen sinn des lebens dass er sich über irgendwelche rechtschreibfehler aufregt ja es macht die menschen auch nicht erfolgreicher weil sie fehlerfrei schreiben aber letzten endes ja wie gesagt es gibt dinge zu denen könnt ihr auch stehen weil die frage ist halt wo will ich meine energie reinsetzen also wo macht sinn die energie reinzusetzen einfach ja und dann komme ich zu einem thema ja was noch mal wichtiger ist als das thema mindset meiner meinung nach aber ich glaube da kann man auch erst dazu kommen wenn man das thema mindset wirklich verinnerlicht hat und da braucht man schon einige einige zeit und einige übung ist das thema gefühl also noch wichtiger wie die gedanken die du denkst ist einfach das gefühl in dem du bist weil wenn du dich ständig in dem gefühl der angst befindest oder in der wut in der aggression in der trauer dann kannst du noch so positive dinge denken aber dieses gefühl das wird dich einfach festhalten weil wenn ihr an den schönsten moment eures leben denkt dann habt ihr wahrscheinlich auch dieses gefühl im bauch wie ihr euch da gefühlt habt als es so schön war oder an den schlimmsten moment des lebens hat man auch wie man sich fühlt und gefühle sind schwer zu beschreiben und noch wichtiger ist es diese gefühle zu leben also wirklich schaut dass ihr in euch positiv fühlt also stellt euch wirklich mal vor wie habt ihr euch gefühlt als ihr richtig glücklich war in den glücklichsten momenten eures lebens versucht dieses gefühl immer mit euch zu haben natürlich ist nicht jeder tag heiti tei die sonnenschein aber man sollte es versuchen in so irgendwas zu tun dass man sich positiv fühlt sei es dass man dann einfach noch mal sagt man macht noch mal eine halbe stunde sport wie der dommer das sagt am tag oder man liest einfach noch mal ein schönes buch oder guckt eine folge seiner lieblingsserie guckt einen schönen film hört sich sein lieblingslied an also guckt einfach dass ihr in ein positives gefühl kommt wenn ihr in einem negativen gefühl seid weil das ist das a und o um wirklich auch gesund zu bleiben also das wäre so aber das ist schon wirklich königs disziplin weil ich glaube erst mal muss man wirklich mit dem mindset und mit dem positiven gedanken anfangen und dann wirklich in das gefühl zu kommen aber es gibt wirklich viele dinge die man tun kann wir haben euch jetzt schon ein paar genannt das thema dankbarkeitstagebuch führen wirklich irgendein buch sich nehmen notizbuch jeden tag zehn punkte aufschreiben für die man dankbar ist sich wirklich hinsetzen jeden also erstmal die negativen affirmationen erkennen die man hat oder negativen glaubenssätze sich diese in positive umwandeln aufschreiben und am besten am anfang wirklich mal 30 tage diese sätze jeden tag noch mal aufschreiben und dann auf jeden fall auch laut wiederholen wenn es laut wiederholen wollte am anfang an erst meinen gedanken und dann nach dem ersten monat reicht es vielleicht wenn man die einfach durchschließt jeden tag einfach durchschließt oder laut sagt das so lange bis sie wirklich sitzen und ich würde euch empfehlen dass eine lange zeit zu machen weil man sagt man braucht wirklich ein jahr bis man positive dinge in seinem leben etabliert hat egal um was es geht ob es um ernährung geht ob es um sowas geht also deswegen macht es wirklich non stop das sind schon mal sehr zwei sehr hilfreiche dinge stund noch irgendwie so ein top tipp was wichtig ist halt die wiederholung dran zu bleiben man sagt auch um eine ein bewegungsablauf zu perfektionieren sei es der sprinter der sportler da braucht er so und so viel stunden da braucht er 10.000 wiederholungen bis es von bis es in fleisch und blut über geht also dass er gar nicht mehr dann denken muss sondern dass er einfach reagiert ja instinktiv es dauert aber schon mal der jüngste tag ist noch nicht gekommen aber jeden tag können wir dann halt eben arbeiten dass man also hier geht es auch nicht um das das thema selbstoptimierung oh mein gott was ich da sehe wenn dann junge herrn ja morgens zeigen wie sie ihr ihr bett machen wie sie sich rasieren wie sie wie sie ihren tag begehen wie toll sie ihr frühstück drapieren und machen und und jedes gramm abgewogen haben wie wie toll sie sport machen es geht hier nicht um die letzten letzten quäntchen selbstoptimierung aber ich finde es geht halt eben darum irgendwo anzufangen sachen aufzudecken bei einem selbst und daran zu arbeiten ja also also ich hätte auf jeden fall noch tipps und zwar würde ich euch empfehlen lesen wirklich lesen ja ich weiß die generation von heute und auch meine generation schon ist super lesefaul ich verstehe gar nicht warum weil ich lese total gerne aber erfolgreiche menschen lesen lesen bücher die hören keinen podcast oder keine ahnung die lesen ein buch auch wenn man nicht gerne liest dann lest wirklich pro tag eine seite das ist echt nicht viel ja dann braucht man ziemlich lange bis man das buch durch hat aber egal kleine schritte nach vorne jeden tag sind gold wert eine million mehr wert eine million mehr wert wie ein buch am tag zu lesen und dann zu denken jetzt habe ich für die nächsten fünf jahre genug gelesen also wirklich diese kleinen routinierten übungen etablieren jeden tag in euer leben und da gehört einfach auch meiner meinung nach dazu ein gutes buch zu lesen es gibt super viele bücher zum positiven mindset also ich habe euch ja auch ein paar genannt oder wir haben euch ja auch ein paar als hier genannte hell elrod miracle morning kann ich nur empfehlen also wirklich tipptopp aber auch das secret auch die bestellung am universum also es gibt genug sachen also schaut euch einfach mal um das ist auf jeden fall auch ein top tipp dann würde ich euch empfehlen wirklich anzufangen mit positiven dingen hören also sei es podcast oder sei es jetzt vielleicht irgendwie eine positiver film den ihr mögt den kann man ja auch mal so als hörspiel laufen lassen also das auf jeden fall für mich persönlich ist das thema meditieren eine hilfreiche sache da kann man auch einfach bei amazon amazon bei youtube mal gucken nach meditation gibt es zu verschiedenen themen und einfach mal versuchen reinzukommen es mag nicht jedermanns sache sein aber ist zum beispiel auch hilfreich um einfach stress zu reduzieren es kann aber auch yoga sein oder vielleicht ist es für den einen oder anderen einfach raus in die natur gehen und laufen und tief durchatmen also es gibt super super viele übungen die man machen kann was ich euch auch sehr empfehlen kann ist ein achtsamkeitskalender zu kaufen oder ich habe achtsamkeitskarten man kann jeden tag eine karte ziehen und liest etwas dazu es gibt auch karten mit einem aufsteller die habe ich da ziehe ich mir jeden tag eine karte stelle mir das auf den schreibtisch und sehe das es gibt auch positive postkarten oder auch einfach positive bilder die man sich ausdrucken kann kann sich die um computer hängen also wirklich alles was euch erfreut sei es einfach sich jetzt ein tulpenstrauß zu kaufen und sich die blumen hinzustellen und jeden tag sich zu erfreuen an den blumen also schafft dinge die euch spaß machen an denen ihr freude habt wenn ihr euch in eurem zuhause nicht wohl fühlt dann schaut was könnt ihr verändern dass ihr euch wohl fühlt und das muss nicht das makeover für 10.000 euro sein vielleicht reicht es auch einfach mal wenn ihr eure schränke ausmistet alles wegschmeißt was ihr nimmer braucht vielleicht reicht es auch einfach mal zu streichen vielleicht reicht es auch einfach mal eine sich ein mandala malbuch zu besorgen und das auszumalen man mag nicht glauben das klang jetzt sehr polemisch und sehr dass ich mich darüber lustig mache mag nicht glauben wie tiefen entspannend es sein kann so ein mandala auszumalen ja dass du halt eben nicht immer dieselben gedanken hast die sich irgendwie in deinem kopf herumkreisen und du eh auf keine lösung kommst nein da konzentrierst du dich einfach mal auf deine buntstifte ja und malst das so aus wie du wie du das gerne hast oder besorgt dir einen speckstein und tu den ausfeilen ja zum was weiß ich jetzt einen aschenbecher zu einem massage knippel keine ahnung ja vielleicht dass man da auch schaut aktiv aktive entspannungsübungen zu implementieren dass man halt eben stark ist und 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 fites mindset hat ja ja also wie gesagt es gibt super viel zu tun und ja ich wollte gerade noch mal so eine story aus von heute erzählen von aktuell heute und zwar ja heute morgen war ich mit dem hund draußen und habe dann jemand getroffen die auch mit dem hund draußen war wir haben uns so unterhalten und keine ahnung wie wir darauf gekommen sind aber es ging auch um das thema alte alt werden älter werden und das thema tod tatsächlich warum auch immer wir kam einfach darauf ja auf jeden fall hat sie zu mir gesagt ja also im endeffekt also es ging um das thema altenheim sagen wir es mal so und das ist also das thema alt werden ist ein thema mit dem habe ich mich echt gar nicht beschäftigt aber seit wir uns um meinen oper intensiv kümmern da meine oma immer da ist beschäftigt uns das thema seit dem letzten halben jahr extrem und ich muss sagen ich bin da auch wirklich schockiert wie das thema alt werden in deutschland einfach begleitet wird also generell wahrscheinlich auf der welt begleitet wird aber ich kann es jetzt nur hier wieder geben also wie wie furchtbar das ist wenn man alt wird und ist einfach hilfe ausgesetzt und bekommt die hilfe nicht beziehungsweise ja wie manche alten heime aussehen und so weiter es ging einfach darum und auf jeden fall hat die dame zu mir gesagt ja man kann sich eigentlich nur wünschen dass man friedlich einschläft das ist eigentlich so das was man sich vom leben wünschen kann und da habe ich gesagt absolut und da sagte sie ja im endeffekt also wir haben so gesagt naja man kann es ja nicht ändern ja weil wenn das stündchen geschlagen hat hat geschlagen und dann hat sagte sie ja doch wir können es schon ändern weil wir können uns ja darauf konzentrieren wie wir uns das vorstellen wie es sein soll und dann kann man sich das herbeirufen und dann hat sie gesagt also ihre oma hätte immer gesagt sie möchte mal einem herzinfarkt sterben das hätte sie immer gesagt und tatsächlich ist es auch so passiert und sie hat gesagt im gegenzug ihr vater hat immer gesagt er möchte nicht so enden wie ein anderer nachbar deren schlaganfall hatte und letzten endes hat er genau den bekommen und ist jetzt in derselben situation wie dieser und sie hat gesagt weil das wörtchen nicht kennt das universum nicht genau das gleiche hat sie zu mir gesagt und deswegen muss man sich einfach vorstellen wie man es gerne hätte und nicht so wie man es gerne nicht hätte also das nur mal so ein schwank aus dem leben wirklich aus einer aktuellen situation aus dem gespräch von heute morgen also ja man muss also wirklich stellen visualisiert euch das was ihr euch wünscht egal in welcher richtung muss ich jetzt nicht unbedingt vielleicht visualisieren wenn man noch ein junger mensch ist sowieso nicht wie man gerne sterben möchte vielleicht für das hat man hoffentlich toi 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 noch lang genug zeit aber es ist ein thema mit dem man sich beschäftigen sollte und auch in der richtung kann man es beeinflussen indem man wirklich für sich selber visualisiert beziehungsweise sich mit den dingen beschäftigt die man gerne hätte die man gerne erreichen möchte anstelle von den dingen die man nicht möchte auf der einen seite noch mal also wir wollen das jetzt nicht alles noch in die länge ziehen aber ein sehr interessantes thema was ja auch immer heiß diskutiert ist wie man sein ableben selbstbestimmt managen will es gibt ja im länder gibt es aktive sterbehilfe hier in deutschland ist es glaube ich nicht glaube ich ist so genau nicht erlaubt es ist nicht so vorgesehen über über das gesetz dass man davon ausgeht dass wir frei individuen sind klar natürlich im rahmen der gesetze aber dann nicht darüber entscheiden zu können wie man von der von der welt scheiden will also auch je nachdem was man halt eben sieht also welche weltanschauung man hat ob man jetzt auch ein glauben hat religiös ist und das leben danach oder sind wir alle energie wissen es gab ja diesen urknall angeblichen angeblich angeblich also der urknall wenn wir alle energie sind dann geht die energie nicht flöten es gibt ja viele ansätze die man hier noch besprechen könnte aber ja also aber der faktor ist es so irgendwann sind wir alle dran bloß wie verbringen bis dahin auch unser leben da ist es doch mal um hier einen schlusspunkt zu finden mega wichtig was macht dein mindset wie gehst du in den alltag rein wie erlebst du deinen alltag und noch mal das ist hier nicht alles nur über scheuklappen zu erleben wir haben auch unsere downs wir haben auch unsere phasen wir haben auch schon geliebte menschen hier hinter uns lassen müssen und aber es geht ja auch darum wie es der rock gesagt es geht nicht darum wie hart du zuschlagen kann sondern wie oft du aufstehen kannst beziehungsweise wenn ich das so sinngemäß wiedergegeben habe ja und ja wenn euch das ganze gefallen hat freuen wir uns natürlich über likes über ab ein abo freuen wir uns natürlich mega mega mäßig was kostenfrei es kostet nichts einfach nur auf abonnieren drücken dann verpasst ihr auch nichts mehr für uns und wir würden uns auch mega über kommentare freuen und schreibt doch auch gerne mal in die kommentarleiste ob ihr euch zu dem thema noch mehr dinge wünscht oder ob ihr vielleicht zu irgendeinem thema davon praktische übungen möchtet also wir sind wirklich oder ich sag mal so ich glaube ich habe mich über die jahre zu einem ziemlichen experten für das thema mindset dankbarkeit und so weiter entwickelt also selbst entwickelt selbst an vielen seminaren teilgenommen an vielen coachings also es ist so wirklich mein flagship thema nenne ich es jetzt einfach mal also wenn ihr dazu mehr hören wollte und auch mehr wie gesagt wissen wollt wie ihr daran arbeiten könnt und mehr praktische übungen dann schreibt es gerne in die kommentarleiste dann machen wir gerne noch mehr podcast zu diesem thema ja ansonsten bleibt mir gesund bleibt mir stabil und noch eine gute zeit positive meint positive live